Messi gewinnt mitten im Spiel 100-Euro-Wette gegen Stesny. Im Spiel gegen Polen kam es zu einem umstrittenen Elfmeter. Stesny sagte, Kusch vor dem Elfmeter meint ich so Messi, 100 Euro, dass der Schiri den nicht gibt. Ich hab verloren. Messi wollte das Geld trotzdem nicht haben. 100 Euro interessieren ihn nicht.